rein 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 los 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 ist mehr mit hier drauf sag mir schade wenn du drauf bist auf sitzen auf sitzen auf sitzen drauf warte 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 funka es fehlt doch stopp warte bleib stehen mensch funka viel zu lange gebraucht funka wir wären jetzt schon an der front hätten schon ein deutsch abknallen können krieg wir jetzt schon längst gewonnen um Oh, 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 oh. So, Truppe, wir sammeln. Seine hier. Ich häng hier im Boden fest. Jetzt. Itemloch. Was ist los? Das ist klar. Ich hab nie gesagt, dass ich ein professioneller Streamer bin. Sollte es das sein. Immer hier auf die Vorsicht. Besser. Ich brauch Funker bei mir. Funker zu mir, Funker zu mir, Funker zu mir. Verwickt die Haberer, komm. So, aussteilen. Verteilt euch. Du bleibst im Graben in Deckung. Graben vor uns ist Ziel. Graben vor uns ist Ziel. Verteilen links und rechts von mir. I'm down. Danni ist schon dran. Ich hol den hier oben, der hier unten, der hier feint sich. Sehr gut. Achtung. Mg 34. Verstanden. Mit der Abfluss, nur an Achtung. Darf Mg Feuer, wie in der Faust? Sicher, sicher, sicher. Komm. Frag nicht allen jeden Scheiß. Ach so. Ja, hätten wir eigentlich. Schöne. 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 ich lege gerade irgendwie schießt schießt 200er ping alles klar links greift der abison von uns gibt es denn feuerdeckung ok ich habe irgendwie massive lex gerade wir probieren sie werf rauch kommt nach rück nach rück sanitäter hier hauptwaffe ist fast auch kommt ja auch ist raus also bei mir habe ich ab und zu mal ein paar lags also das ist aber gut zu wissen dass der stream hatte scheiße muss ich jetzt warten allerdings habe ich jetzt wieder munition ich weiß noch mal rauch weiter vorne hin auch jetzt noch mal raus ich bin tot wenn du kannst es ist alles einkaufen nope ich wurde gerade weggeschossen funke erneut gestorben genau dann feuer öffnen dann bleibt hinten ich probiere zu pushen ihr tut es feuer öffnen ihr müsst den feind unterdrücken zu ich bin Ankerdaten rüber! Ankerdaten rüber! Ankerdaten rüber! Mach's, Krabatz, ums! Medic? Ach verdammt, bist du auch da! Die Bitte ist einfach nicht! Glückstag! Wir kommen einfach nicht durch! Holy shit ey! Uiuiui! Uiuiui! Rauch! Ich hab dich schon, Staufen! Wenn ich das mal machen würde! Bunker zu mir! Bunker darf bleiben! Bleib da auf Bunker! Wohin gehst! Bunker! 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 Was? Super, danke. Ja. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Oh Gott, der Wien ist rot. Willkürlich kurz mal überall hinballern, ey. Ja. Bruni, du warst abgestellt. In der Basis von uns. Buma. Verstanden. Wir sehen gar nichts. Dann weg. Oh, Granate. Der Spawnpunkt ist heiß. Ja, weil der Gegner da ist, deswegen ist er heiß. So, wir verlegen nach Süden. Ausland, Runi. Alle verlegen nach Süden. Süden MSB Spawner, kommt's. Die, die fallen. Oh, die Granate war sehr knapp. Uiuiui. Was? Die Bruni, Bruma, ist im Südosten. Ja, hab's gesehen. Ich denke mal, der will ihn abschneiden. Ich bin mit der Pistole. Schnell drüber, schnell, komm. Felix, schließt dich auf, fällt zurück. Gegner da, Gegner da, Gegner da, Achtung. Gegner da, Achtung. Gegner da. Ich hab keine Nades mehr, das ist ein feindlicher Piegennerd. Östlich von uns, direkt auf dem Feld. Ich glaube, die Ausdauer reicht nicht. Funker zu mir, Funker her, Funker. Fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Sunny ist hier. Ist die Achterachter, stört nur die Frage im FK. Ah. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin falsch gerannt. Egal, passt. Ausdauer, tankt. Kommt, 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 kommt. Ich hab leider Aufgabe, sorry. Ach, du hast einen, Maddy. Äh, ist mir scheißegal. Sandy ist hier. Und rein da, würde ich sagen. 88, clear. Ich hab dich, Hundstaufen. Ich hab dich. Verarztet dich schnell. Bist verarztet, bitte. Shit. Wurde angeschossen. Deckung bleiben, Deckung bleiben. Keep low, keep low, keep low. Grabieren mit vier Magazinen vorm Pistole rum, Alter. Weil ich's meiner Hauptwaffe leergeschossen habe. Als Deckungsfeier. Feindner. Der Kacke. Fuhm aber, wenn jemand auch ein paar und der Überraschung zerstört. Stay come. Die kümmern wir uns jetzt um die Fortschritte Äh, das wird schwer Erstens Mörser, zweitens Artillerie, drittens Feinde Ich hab auch keine Granaten mehr, Alter Bin hier wirklich auf die Riemen gerade, auf die... Spawn neu, komm, gib aus! Kommt rein, wir bauen jeden Morgen, wir werden recap Anker landen, raus, wenn du hast Anker landen, Achtung, Anker landen, Deckung Ah, ich konnte die Pistole nicht schneller ziehen So ein Scheiß Habe ich mir schon gedacht, dass die kommen Biegen bei 30 Sekunden Wir kommen auch nicht voran, ey Wir waren schon wieder das einzige Squad, was irgendwie drinne war in der Cap Ah, ich werde den Biegen nicht mehr kriegen Als er den Hund staufen schaffst Oder auch nicht Doch hat er Oh, jetzt hab ich den Schluck auf, meine Güte Oh, jetzt hab ich den Schluck auf, meine Güte Und da hat unser Panzerbomb gemacht Super Achtung, ist einer unter Feuer, Achtung Achtung NG-Schütze ist weggekrochen, ich hab ihn einmal getroffen Kommt rein in den Garten zu mir Bin drinne Arbeiten wir uns vor wieder So, schnell, schnell, schnell Vorarbeiten Vorarbeiten, vorarbeiten Jungs, vorarbeiten Biegen scheiß Harzau, bleib stehen Harzau, bleib stehen So, weiter pushen, kommts, 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 Burschen Ja, ich bin hier Du bist noch nicht dauernd Du hast noch 3,5 Drittel leben Harzau dich Ich hab dich gleich Ich hab dich gleich Perfekt, du bist voll, ich muss mich selbst verarzen Ich blute selbst Bunker down Muss mich verarzen, Granate hat mich angekratzt Achtung, hier ist gleich ein Feind irgendwo in der Nähe Ich muss hier hinten sein, hier fallen gerade Leute vom anderen Squad Kommts runter, nicht auf K sein, bitte Danke Ganz gut, äh, ist ganz schlecht Na auf K bist, der Clan ist nicht gerade leicht Und bekämpfen Unser Funker hat's erledigt Ja Sanitäter lebt noch So, Funker zu mir, ich brauche Funker ist tot Funker ist down Sorry, sorry, sorry Geh, mach's den Weg, mach's den Weg Haben wir Friendlies auf der 8-8? Sollten, ja Feuer in den Scheiß, Burschen, Feuer in den Scheiß, Burschen, kommt Was noch land Weg, ich spreng die Haken Was noch? Lade noch Du kannst die Bugschitter sprengen Verstanden Du sollst jetzt mal mithelfenden Gegner weghalten Vier Magazine Drei noch 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 Cap ist grad wichtiger. Die haben nämlich 100... Ja, haben alle aufgegeben. Die haben's. Die haben's. Sauber. Links von der Straße. Funker schließt auf. Jawohl. Dresd vor. Ja, ja, ich hab'n... ...halle beschossen. Bin auf dem Weg. Funker zu mir. Leaksen. Das ist irgendwie hier an der Straße einlangt. Funker zu mir. Feind kommt euch entgegen die Straße runter. Weißer. Funker zu mir. Muss weiter. Funker ist grad gestoppen. Meine Fresse. Kostet mal 5 Minuten Leben. Get it. Sunny down. Ich brauche einen zweiten Schützen hier, damit man provisorisch im Gebäude. Bei mir Scharfschütze. Scharfschütze tot. Ich... Scharfschütze tot. Meine Fresse, dieses Handy geht mir auf den Pelz, ey, haltet doch. Meine Güte. Gibt's nicht, ja, Medic ist schon unter. Jetzt nicht aufgeben. Major, ah, ist weiter. Jetzt haben Leute einfallsnamenreiche Namen. Danke dir, das kann ich selber. Ich versuche zu dir zuzustoßen, ich wurde wiederbelebt. Ich sage deinem Verlegenheit, der soll mich aufgeben. Der ist doch schon tot. Und wir haben andere Sachen zu tun, ich bin von Stoffensort. Es wäre Weltklasse gewesen von den zwei Herren da unten, wenn Anna vielleicht so viel gewesen wäre. Anna, den scheiß MSB mitzubringen. Was weiß ich? Sanitäter ist hier. Okay, hier. Squad 3 hat einen Funker hier. Squad lead. Squad lead, wohin mit dem MSB? Wir haben einen Funker hier, wenn du ihn brauchst. Konstant in die Richtung. Bitte mal markierbar und kommunizieren. MFK, lasst uns flankieren, komm. Lasst uns flankieren, MFK, komm. MSB nach Süden runterbringen. Zum Sammelmarker. Achtung, du hast Panzer hingefahren. Achtung. Achtung. Verstanden. Lass ihn, äh... Lass ihn bei 47. MSB auf 47. Wir haben schon 50 Tickets wieder weniger. Straße kreuzen, komm. Schnell, 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 schnell. Wie wir es gestern gelernt haben. Laufend, Mann, Kontakt dort. Achtung, direkt Kontakt, direkt Kontakt. Wo war'n der? Rechts im Haus ist er irgendwo. Ich gehöre mir und dem Hansa. MFK ist tot. Das ist ja ein Assi-Punkt. Sani, schnell, die Sani ist her. Los, los, Anis, los. Nur Spritzen drücken, nicht voll heilen. Nur Spritzen drücken. Na klar. Was ich, Beschuss? Beschuss aus Nord, Beschuss aus Nord. Ich bin Sani, weg von mir. Hau ab. Nur zwei. Zwei Rauch und die beiden. Ja, ja. Funker, zu mir. Darf ich dich noch heilen, Squadlead? Na, ist zu spät. Scheiße, ich hab' kein Mund mehr. Weiter vor, er kommt's. Das musst du machen, du bist ran. Ich denk' da. Macht's Druck über meine Linie. Na ja. Ich hab' kurz den Medic von Squad 3 geholt. Achtung, rechts im G-Feuer. Nicht beleben. Nicht beleben. Rechts zu mir im G-Feuer. Achtung. Ich vermute vom Waldrand. Hab' dich Sani-Tüter? Funker, dauernd. Ja. Danke. Oh, fuck. Ah, Squad 3 vorne ist gefallen. Wir sind auf jeden Fall. Hey. Nein. Dein Kollege hier hat aufgehoben. Aus irgendeinem Grund. Okay. Keine Ahnung. Ja, ich habe gerade die deutsche Schuhe. Beine in der Nähe, laut Squad 3, die können keinen Rallye-Punkt setzen. Oh, sorry. Hast mich gerade voll erschrocken. Droni, im Süden ist der Tiger markiert. Droni, kümmer dich rum. Verstanden. Ähm, Sunny down, Sunny down. Ich halte dich mal mit. Komm mal, komm mal. Danke, aufpassen. Nicht, dass uns wieder der Panzer kriegt. Ja, ja. Tiger zieht auf uns, Tiger zieht auf uns. Er ist noch immer da, also aufpassen. Ja, da gehe ich nicht raus. Ach ja. Danke, hilf die anderen. Ich hab's ausmeldet, ich hab's noch, oder? Rauch drauf. Rauch drauf, auf meine Eifel. Gib mein Bestes. Schmeiß Rauch. Rauch raus. Wieso, Herr, die unsere MG nicht gegenfeuer geben? Verstanden. Du musst sofort bei mir und bei geraten, sofort gegenfeuer. Ich hab das versucht, die haben mich aber sofort aus... Ich mach's aber. Ich hab dich schon, Staufen. Dress wohl die Herren. So, bitte. Der MG-Schütze lebt immer noch. Der MG-Schütze lebt immer noch. Er ist schon vorgerückt. Aufpassen, Rally im Süden ist heiß. Panzer hinter uns, glaub ich. Wir haben, glaub ich, den Tiger hinter uns. Ah ne, ist unser. Nevermind. Na, der Tier ist rechts vom Deacon. Sogar 300. Vorarbeiten, vorarbeiten. Kommts, Mädels. Na, 100. Mir nach, kommts. Na komm, leb wieder. Ohne, ich will dich nur hören, wenn du dich stört hast. Danke dir. Danke, Medic. Da. Da. Rauch. Zwei Rauch von mir. Zwei Rauch von mir. Zwei Rauch von mir. Eines schmeiß ich. Eines raus. Eines raus. Ah, ich hab nichts mehr zu tun. Gegner MG ist ausgefallen. Da ist unser Panzer schon wieder gegangen. Alter. Funker zu mir. Auf dem Weg. Kommt, Jungs, jetzt reinpuschen. Jo. Kommts, nach. Das war's. ich bin an der straße geblieben ich glaube ich krieg einen kollaps medic ausgefallen durch straße stecken geblieben ich krieg einen kollaps bei diesem spiel langsam ganz ehrlich medic zu mir ich habe ihm gerade gesagt medic ist ausgefallen wegen stecken geblieben meine güte so ein piss ey das ist ein simpel map wird man an dieser straße hängen man kann nicht rüberspringen man kann nicht rüber rennen und bleibt an dieser scheiß kante von der straße hängen ey dieses spiel müsste man deinstallieren refunden und alles alter komplett periscope fucking verklagen ganz ehrlich so ein bullshit ey wir haben 100 tickets schon wieder weniger weiß nicht was die leute machen alle geben sie sofort auf anstatt einfach zu warten die alle wollen sie zocken und noch eine ganz große sache südliche vort wurde von puma aufklärt und wird bekämpft hast du gesagt ja unsere frau wurde vom puma zerfetzt im süden süden verliest solchen msg nachziehen achja weiß ich unsere panzer sind auch 50 mal drauf gegangen irgendwie keine ahnung so viele tickets schon wieder verloren aber so schnell können die leute von der infanterie nicht drauf gehen na die fob ist schrott die weg aber wir haben keine spawn möglichkeiten gg und schon wieder am panzer verloren und schon wieder am panzer verloren sind die tötung für die internet der tiger negativ da ist weggefahren aber das war kein tiger sondern puma achso da brennt ein tiger brennt ein tiger bach der ach da kommt ein msp perfekt wenn der jetzt nicht vom panzer gleich weggeschossen wird aber das hier hinten hätte nicht sein müssen dass der eine scheiß sdkfz gerade in luft gegangen ist das hätte nicht sein dürfen ja das verlieren wir also wenn die panzer sich weiterhin so einfach weg machen lassen ja macht das gar keinen sinn wir haben einen msp an der front stehen ach hast du es schon gesehen ist eigentlich ein msp aufgeklärt exakt auf meiner position sind die töter der lebt nicht lange der msp gestatten hier oben im wald ich komm zu dir das war es dann auch mit unserem msp ja 150 funko zu mir funko zu mir man gehen wir an einem anderen auf Bombe kommt, Bombe kommt, sobald ein Flieger her ist, geht es aus dem Weg. Verstanden. Mörser hat mich getroffen. Reddick down durch Mörser. Funko zu mir. Komme. Er ist zerstört. Der feindliche Tiger fährt bei Townall. Verstanden. Boni, mach dich auf dem Weg. Mari. Netter Versuch. Das wird nichts. Das ist hier von hoch. Beacon ist rot. Ah, Beacon ist rot. Ja, ich bin halt drin. Beacon ist rot. Danke. So, pusht rein. Kommt, macht Druck. Hand geladen, rauch. Liegen. Wirken rot. Verdammt. Wirken frei. Ich bin da und da ist ein Schützen zwischen uns drinnen. Keine Ahnung, woher. Ja, ich versuche ihn gerade zu finden, aber ich sehe ihn nicht. Bei Foxdoor 632. Ende des Gebäudes ist einer drin. Unten. Ich habe weiter MSP aufgeklärt. Exakt meine Position. Sanitär. Verstanden? Nicht mehr auf dem Weg, wenn ich durchkomme. Du kümmerst dich um den Panzer zuerst, bitte. Verstanden. Du musst das Gebiet großräumig gut gehen. Da kommen zwei Jäger drüber. Achtung, Schaut bitte. Verstanden. Oh mein Gott. Alter, neben jetzt hier gerade. Oh, der Schossen. Ich hoffe, der steht noch da. So, vorrücken. Gegner, kein MSP mehr. Rück's vor. Mit der Olle, Gegner, kein MSP mehr. Vorrücken. Oh, Jan. Der einzige Binder durchpusht. Was ist denn los mit euch? Bewegt euch, verdammte Scheiße. Wieso bin ich nicht der Einzige, der immer in die Mitte hochkommt, allein? Nimmst die Scheißhände in die Füße und schießt und kämpft, verdammte Null. Er weiß nicht, dass es Spawnzeit anscheinend gibt. Wenn ich geschicse, dann Scheißspieler, das schafft, dann schafft ihr das Superspieler, das 100 Mal noch, bitte. Lasst euch doch von einem 50-Jährigen vorführen. Oh mein Gott. Er hat mir leid. Ich sag doch zu nix. Ganz ehrlich. Ich versuch, die Ticket zu sparen. Und ich wie in... ...sonst was reinzurennen. In den Tod. Aber das war von Anfang an schon an der ersten Flavischung geworden. Hier mal den Panzer verloren haben. Südlich von Town Square in der Gasse. Das war schon abgeschrieben. Verstanden. Das war komplett abgeschrieben, Spondion. Ziel davon sein Rally. Vor allem ist der eine Sdkfz, der hier oben geplatzt ist, wie mir für die Mörserstellung. Hätte gar nicht sein dürfen. Auf diesen Innenhof. Direkt worauf ihr zulauft. Da sind Sandsäcke oben drauf. Dann schaut nach oben, wirft Zahngranaten und Rauch auf. 200 Tickets, fast weniger. 200 Tickets. Mal gucken, ob wir es noch drehen können. Das war wenigstens maximal 100 Tickets. Und ein Nachteil ist am Ende. Ich weiß nicht, dass ich kein Rauch fahre. Es sind 5 Wanderer, die angreifen. 5 Mal Rauch. Es ist 10 Rauch genannt. Alles klar, das MG kann durchs Rauch sehen. Alles klar. Pretty. Machbar. Das muss ich mir später nochmal angucken. Das war nicht... Kann sein, dass es eine Lücke war. Aber das sah für mich aus meiner Perspektive... Äh, ein MG schießt durch den Rauch. Ich würde aufpassen. Kein Problem. Ich muss jetzt später mal im... Ja, du schießt auf Infanterie. Ich muss mich später echt mal angucken, was das war. Weil das sah nicht clean aus, von meiner Perspektive. Das war gerade massiv Bullshit. Irgendwo ein Schützer hat mich hier. Nee. Funker zu mir. Direkt hinter dir. Alter, da ist ein MG. Scheiße. Nicht gesehen. Ich muss, dass es nicht aufgepasst. Oh mein Gott, Alter. Geht alles drum und... Äh, druf und drüber. Äh, haben wir es auch nicht? Da schluck ich mich noch an Menschen. Hm, stabber. Meine Güte. Danke. Danke. Geht doch hinter die Fässer. Hinter die Fässer soll es einigen. Komm. Steht doch mitten im Feld. Ich glaube, ich bin. Bleib da. Du sollst bleiben. Ja, das ist doch. Zani. Machst du den hier. Heile in den anderen kurz. Alles klar. Danke. Danke. So, Sicherung outen. Jetzt haben wir genug Mann da. Okay. Ausschwärmen, Ziegelung abfahren. Der am Dach ist down. Ich muss nur gucken, welche Leiche du bist. Du bist hier ungefähr unter 50 Leichen. Ich bin der, ich bin der, ich weiß. Ja, ich seh dich. Ich verblute eventuell gleich. Ja, wir bringen Sani. Ja, dann hol den Test rein. Nee, ich schulde den Sani hier hoch und dann kann er mithelfen jetzt mit dem Bruchhelfen der anderen. Weil wir sind alle auf einen Haufen und das liegt nicht. Aber wir sind alle auf einen Haufen. Oh. Sani, ich habe keine Granaten, um denen da irgendwas rein zu pfeffern. Alle auf einen Haufen. Das war so eine schlechte Idee. Ich glaube, mein Game ist hier crashed. Ich hoffe, das war so.